Wir hatten uns in den letzten Videos hier hauptsächlich die Zellen angeguckt und die zelluläre Immunantwort. Jetzt gucken wir auch mal, was für Proteine da so rumschwirren, die humorale Immunantwort. Und wie Sie hier sehen, spielen Antikörper eine besondere Rolle. Vielleicht kurz nochmal zur Begrifflichkeit. Humoral meint, was im Blut bzw. was in den Körperflüssigkeiten an Proteinen so vorkommt. Und das wird den zellulären Bestandteilen der Immunantwort oder des Immunsystems entgegengestellt. Nichtsdestotrotz beginnt auch diese kleine Reise wieder mit einer Zelle und zwar dem B-Lymphozyt. Den hatten wir uns in den vergangenen Videos ja nicht angeguckt. Da haben wir uns ja auf die T-Lymphozyten konzentriert. Und genau wie die T-Lymphozyten hat auch der B-Lymphozyt ein Rezeptor, ein B-Zell-Rezeptor oder eingeenglisch BCR, B-Cell-Rezeptor. Und wenn Sie sich das so angucken, könnten Sie natürlich denken, ach ja, jetzt hat er da einfach einen Antikörper dran gepappt. Aber genau so ist das. Der B-Zell-Rezeptor ist ein an die Zelle gebundener Antikörper. Und dieser Antikörper kann natürlich auch Eindringlinge wie Bakterien oder Viren binden und internalisieren. Also in die Zelle bringen, dass die dort prozessiert wird, um schlussendlich auf der Zelloberfläche als Antigen präsentiert zu werden. Und ganz aufmerksame Zuschauer dieses Kanals werden sagen, diese Form kenne ich doch aus einem anderen Video, das ist doch MHC2. Genau, der B-Lymphozyt ist eine Antigen präsentierende Zelle, die dafür auch MHC2 benutzt. Und bei MHC2, klar, lassen die T-Helferzellen oder die CD4-positiven Zellen aus dem letzten Video natürlich nicht lange auf sich warten. Und wenn man so eine passende Kombination aus B-Lymphozyt und T-Helferzellen hat, dann kommt es hier gegenseitig wieder zu einer Aktivierung. Und das Ganze wird vorangetrieben wieder von den Zytokinen. Aktivierung heißt in dem Sinne, die Zellen teilen sich immer weiter, um noch genauer im Immunsystem eingreifen zu können. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das ein verhältnismäßig langsamer Vorgang. Was heißt jetzt aber Aktivierung über die reine Zellteilungsstimulation hinaus? Die B-Lymphozyten können sich differenzieren unter dem Einfluss der Aktivierung durch die T-Zelle in sogenannte Gedächtnis-B-Zellen. Wir hatten im letzten Video auch gesagt, es gibt Gedächtnis-T-Zellen durchaus auch. Aber wenn man so an Immungedächtnis denkt, was einen womöglich nach Infektion ein Leben lang vor anderen Infektionen schützen kann, dann ist das hiermit gemeint. Das sind die B-Zellen, die Gedächtnis-B-Zellen. Die sind im Optimalfall halt bis zum Ende der eigenen Tage vorhanden. Was sagen wir aber jetzt akut davon, dass die B-Lymphozyten aktiviert worden sind? Das mit den Gedächtnis-B-Zellen ist ja eher langfristig und sorgt dann dafür, dass man, wenn man eine erneute Infektion oder Antigenpräsentation des schon mal dagehabten Antigenes hat, dass die Reaktion dann sehr schnell stattfindet. Akut können die B-Lymphozyten sich in sogenannte Plasmazellen entwickeln. Im Mikroskop sehen die wirklich so ein bisschen aus wie ein Spiegelei. Also die lassen sich mikroskopisch immer ganz gut identifizieren, wenn die denn da sind. Und die Plasmazellen, die sezernieren die Antikörper. Und zwar exakt den Antikörper, der als B-Zell-Rezeptor mit dem Antigen gebunden hat. Das heißt, wir sind in diesem Falle höchst spezifisch. Wobei man hier sagen muss, spezifisch ist ja relativ. Ich habe Ihnen den B-Zell-Rezeptor gezeigt, ich habe Ihnen die zwei T-Zell-Rezeptoren gezeigt, die sich leicht unterscheiden und gesagt, dass das spezifische Rezeptoren sind. Und dann wissen Sie ja, dass wir eine ganze Armada an potenziellen Eindringlingen haben, die mit Sicherheit nicht durch drei Rezeptoren alleine abgebildet werden können oder abgedeckt werden können. Es muss also irgendwie im Körper, im Immunsystem die Möglichkeit bestehen, eine größere Vielfalt zu erreichen. Und was könnte das wohl sein? Unsere Mutationen. Und Mutationen hier mal im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. B- und die T-Zellen, die mutieren und mutieren und mutieren, die versuchen immer neue Rezeptoren zu binden, die immer spezifischer womöglich an Antigenen binden. Und nur damit Sie es mal gehört haben, es gibt die sogenannten V-D-J-Rekombinationen, die betreffen B-Zell-Rezeptoren und T-Zell-Rezeptoren. Buchstaben beschreiben dabei spezielle Genabschnitte. Man muss hierzu sagen, dass der T-Zell-Rezeptor einem Antikörper relativ ähnlich ist, also deswegen auch die gleichen genetischen Events zugrunde liegen können. Aber die B-Zellen haben noch eine andere Fähigkeit, den Antikörper betreffend oder die Bildung von Antikörpern betreffend, die sogenannte somatische Hypermutation. Also nochmals, um sich so ein bisschen der Tragweite dessen bewusst zu werden. Wir haben hier permanent stattfindende, richtig häufig stattfindende Mutationen und die sind nicht böse, sondern richtig gewollt. Da trifft dieses Hulk-Bild im Hintergrund so nach dem Motto Superhelden-Mutationen vielleicht ein bisschen besser als in den vorangegangenen Videos. Was machen die Antikörper aber jetzt? Und da fürchte ich, zumindest ging es mir lange Zeit so, dass die Antikörper manchmal ein bisschen überschätzt werden. Die Antikörper können natürlich, wenn Antigene frei im Blut vorkommen, dort binden. Und die Bindung kann in vielen Fällen als Neutralisation verstanden werden. Nehmen wir an, diese kleinen blauen Teilchen wären Bakterien im Blut, die eine Zielzelle ansteuern und dann irgendein Gift da abgeben wollen. Die werden jetzt durch die Bindung neutralisiert, können nicht so Schaden verursachen, wie sie das ohne die Antikörper können. Da jeder Antikörper zwei Bindungsstellen hat, kann es auch zu so etwas kommen, zu so einer Verklumpung. Wenn das eine Verklumpung von Antigenen, freilöslichen Antigenen im Blut ist, sprechen wir per Definition von einer Präzipation. Handelt es sich dagegen um Zellen, die miteinander verklumpen, sprechen wir von Agglutination. Warum soll das gut sein? Also da besteht die Möglichkeit oder die Absicht, dass durch die schiere Anwesenheit von Verklumpungen das Immunsystem angelockt wird. Zellen, die das abbauen können. Und das geschieht in der Tat. Unter dem Einfluss von Antikörpern tummeln sich die ganzen anderen Immunzellen in der Gegend des Entzündungen. Und dieses Schmackhaftmachen von Antigenen oder antigenbefallenden Zellen für die anderen Zellen des Immunsystems, das nennt man auch Obsonierung. Also eine der Hauptaufgaben von den Antikörpern ist die Obsonierung, das Schmackhaftmachen, das Anlocken von verschiedenen Zellen, die das abbauen können. Und hier zum wiederholten Mal der Vermerk, das ist jetzt hochspezifisches, adaptives Immunsystem, was kooperiert mit dem unspezifischen, angeborenen Immunsystem. Und hier kooperieren außerdem Zellen, also Standteile des zellulären Immunsystems, mit den Antikörpern, die ganz klar Standteile des humoralen Immunsystems sind. Die Antikörper können aber nicht nur für die verschiedenen Zellen lockend wirken oder beziehungsweise aktivierend wirken, sondern die Antikörper können auch unsere Freunde, unsere Proteinfreunde vom Komplementsystem aktivieren. Das Komplementsystem hatten wir kurz in dem Video zur angeborenen Immunität beschrieben. Ein Zusammenspiel verschiedener angeborener Proteine im Blut, wo ich in dem anderen Video auch gesagt habe, das ist zwar ganz klar angeborenes Immunsystem, aber die Hauptaktivierung des Komplementsystems erfolgt über Antikörper. Wie hilft nun die Aktivierung des Komplementsystems für die Immunantwort, wo wir doch gesagt hatten, dass das Komplementsystem in erster Linie eine helfende, unterstützende Funktion einnimmt? Da muss ich eingestehen, nicht ganz und vor allen Dingen nicht nur. Das Komplementsystem kann nämlich was relativ gut und ich möchte Sie bitten, nicht den Blick auf das obere Linke zu werfen, sondern auf das untere Linke. Da sehen Sie, dass da irgendwie so eine Art Tunnel in die Zelle gebaut wird oder wurde und das nennt man tatsächlich einen zylindischen Membran-Attackierungskomplex. Also das Komplementsystem, wenn aktiviert, führt in der Endstrecke dazu, dass dieser Membran-Attacken-Komplex gebildet wird und Sie sehen ganz links auf Englisch Cell Swells and Bursts, die Zelle fliegt um die Ohren. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Antikörper werden von den Plasmazellen gebildet, die wiederum von den B-Lymphozyten abstammen und die Antikörper können nicht Erreger töten beispielsweise. Die Antikörper können neutralisieren, die können die Klumpenbildung fördern, sie können optionieren. Das ist die Aufgabe und natürlich die kommunikative Aufgabe unter den zellulären Bestandteilen. Wenn Sie unter Allergien leiden oder Heuschnupfen haben, dann haben die bisherigen Videos Ihnen kaum erklärt, was genau passiert ist, weil ich Ihnen eine Zellgruppe vorenthalten habe bisher. Es gibt nämlich gerade bei den allergischen Krankheiten noch eine Zellgruppe, die wir jetzt gar nicht eingeordnet hatten. Und das sind die Zellarten, die bei gewissem Antigen- bzw. Antikörperkontakt für diese Entzündungsreaktion sorgen können. Und das sind die Mastzellen. Sie sehen da ein bisschen dramatisch wieder dargestellt, eine große Zelle, die von Antikörpern angegangen ist und die irgendwas raussizerniert wird in diesem Fall hauptsächlich das Histamin, aber auch Heparin und andere Proteine.